Die kosmische Bibliothek. Anlehnend an vorige Woche Codes downloaden, wollen wir heute eruieren, was wir tun können, um wirklich Zugriff zu diesen allumfassenden Dateien zu bekommen. Doch zuallererst ein herzliches Willkommen auf meinem Amira Solis Kanal. Ich werde auch immer gefragt, was, ich habe das gehört von deinen Kugeln, was machen die? Für alle Neuen, die es noch nicht wissen, das Segensprojekt, das ja in vollem Gange ist, bildet einen Schutzschirm über Europa und reinigt alle Böden vor den Chemikalien, aber auch die Luft, alles was über die Luft kommt, sogar Viren, Bakterien können neutralisiert werden. Das Gemüse, was auf den Feldern wächst, bekommt wieder seine ursprüngliche Kraft, also Pestizide werden gelöscht und auch das Wasser wird gereinigt. Zusätzlich natürlich sind alle positiven Energien oben wie Frieden, Liebe und vieles mehr. Also ein wunderbares Projekt, was uns vor Verstrahlungen bewahrt, was uns einfach helfen soll, dass wir wieder gesünder werden, dass unsere Lebensmittel wieder besser werden und vor allem auch, dass wir vor drohenden Gefahren beschützt sind. Dabei möchte ich mich gleich bei den Spendern der letzten Woche bedanken, den Jürgen Baumann, der Anita Binger und der Petra Schönfelder. Die hat eine Kugel für Georgien gespendet, also wenn jemand nach Georgien fährt und gerne eine Kugel mitnehmen möchte, die würde ich euch dann zusenden, wenn ihr mir die Adresse schickt. Ich selbst bin jetzt drei Wochen in Osteuropa unterwegs, um den Osten abzudecken und bitte schaut auf die Karte auf l3.or.at, da gleich auf der Startseite seht ihr, wo schon Kugeln sind. Wenn ihr eine Reise macht, Frankreich, Spanien, England, da haben wir noch viele, viele weiße Flecken, also meldet euch bei mir und schreibt mir bitte und dann können wir schauen, dass ihr zu einer Kugel kommt, die ihr mitnehmen könnt in den Urlaub. Aber bitte, bitte vorher unbedingt auf der Karte schauen, denn es ist für mich sehr viel unnötige Arbeit, wenn ihr mir schreibt, ich fahre dort und dorthin und dann gibt es dort schon eine Kugel. Also bitte, bitte wirklich schauen, ob die Region schon abgedeckt ist oder nicht. Wenn nicht, dann freue ich mich, wenn ihr eine Kugel dorthin bringt. So, finanziert wird das eben über die Spenden und wenn du nirgends hinfährst, aber gern spenden möchtest, bitte gerne. So ihr Lieben, aber jetzt gehen wir zu dem Thema. Doch bevor wir da tiefer eintauchen, eine Frage von euch möchte ich gerne beantworten. Und die Frage hat gelautet, weil die ist wirklich wahrscheinlich für alle interessant, was kann ich tun, um kein neues Karma zu erschaffen? Oder wie muss ich mich benehmen, um kein neues Karma zu erschaffen? Dazu hat Amira ja schon einiges gesagt in meinen vergangenen, früheren Videos. Aber Kernbotschaft war, wir müssen in die Neutralität kommen, das heißt komplett raus von Gut, Böse bewerten, mehr beobachten sozusagen, nicht mehr sich emotional in die Dramen und Katastrophen verstricken lassen und aus dem Herzen leben und sich wirklich bemühen, dass man in der Liebe lebt, was aber nicht bedeutet, dass man diese übertriebene Form von, ich muss die ganze Welt retten, das ist damit nicht gemein, sondern eher das, was auch Jesus gesagt hat, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das heißt, benimm dich so, wie du auch gerne möchtest, dass sich andere dir gegenüber verhalten. Und ich denke, so schwer ist das gar nicht, ein gutes Wort, wenn es passt zu jemandem, ein nettes, ernst gemeintes Kompliment, Freude versprühen, einfach gut drauf sein, nett sein zu einer Umgebung und da hast du dann schon gute Voraussetzungen geschafft, kein negatives Karma mehr zu kreieren. Also, und das muss von innen kommen, das muss vom Herzen kommen, denn sonst ist es ja berechnend und das schafft dann auch kein gutes Karma. Also, ich bin jetzt freundlich, sage jeden Tag so jemandem etwas Nettes, damit ich rauskomme aus dem Karma, so funktioniert es nicht, das muss wirklich aus dem Herzen kommen, das muss ernst gemein sein. Einfach, ich verbreite gute Stimmung, ich verbreite Freude oder wenn das nicht geht, zumindest, manche sind ja mehr ruhend in sich, das ist auch ganz toll, da wären wir ja auch in der Neutralität. Einfach durch euer Sein könnte natürlich auch die Ruhe, die ausstrahlt, auch da könnt ihr natürlich eure Umgebung so berühren oder euch so benehmen, dass ihr kein Karma mehr kreiert damit. Gut, vielleicht gehen wir da wieder einmal in nächster Zeit näher drauf ein, denn das ist ganz ein spannendes Thema, wie man aus Gut und Böse aussteigt, wie man da wirklich in die Neutralität kommt. Aber zu unserem aktuellen Thema, denn es sind dann Fragen gekommen, ja, aber wie kann ich diese Codes bewusst downloaden, was kann ich wirklich machen, dass ich Zugriff zu dem allumfassenden Wissen habe. Und viele von euch werden wissen, in der Mystik wird das als Akasha-Chronik bezeichnet, diese allumfassende Bibliothek, das Wissen von allem und diese Wissensbibliothek, wir Menschen stellen sich das jetzt als eine Bibliothek vor, die man aufrufen kann. Das ist für mich auch, ich brauche auch immer Bilder dazu, ist natürlich anders, klarerweise, da ist nicht irgendwo auf einem Planeten eine große Bibliothek, wo alles aufgezeichnet ist, aber für unseren Verstand, wir brauchen Bilder, wir machen es sich einfacher, wenn wir uns Bilder vorstellen können, könnten wir die Akasha-Chronik da jetzt wirklich als kosmische Bibliothek betrachten. Und wir werden heute Amira fragen, wie wir da Zugang dazu bekommen, zu diesem allumfassenden Wissen und was wir tun können, um diese Codes, von denen sie gesprochen hat, die jetzt in unser Energiesystem downgeloadet werden, dass wir die aktivieren können. Gut, dann fragen wir Amira. Liebe Lydia, liebe Freunde, die hier zuhorchen, Dieses Thema hat Menschen schon seit jeher beschäftigt und jeder von euch hat Fragen, die er gerne beantwortet möchte. So ist es natürlich auf jeden Fall sehr sinnvoll, wenn ihr selber lernt, auf dieses allumfassende Wissen zuzugreifen. Und wie ich euch vorige Woche gesagt habe, diese Codes helfen euch natürlich dabei. Sie sind der Schlüssel, um diesen Wissensspeicher zu öffnen, um das, was euch umgibt, auch auslesen zu können, könnte man sagen. Und dazu gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ich könnte jetzt noch das komplexe Thema erklären, aber die meisten von euch sind weniger an der Technologien für sich interessiert diese Energieform. Es ist wirklich sehr komplex, wie das funktioniert, sondern eher, ihr seid die Anwender und ich werde euch sagen, wie ihr darauf zugreifen könnt. Es bedarf allerdings etwas Übung. Alles ist möglich, ich zeige euch einen Weg auf und er wird euch auf jeden Fall helfen, dass ihr da leichter Zugang dazu findet. Schließe deine Augen. Atme ganz tief in deinen Solaplexus ein und stell dir vor, wie sich hier eine goldene Kugel bildet. Die wird größer und größer, wie ein großer Ball. Und dann bitte ich dich, diese Kugel zu sprengen. Und stell dir dabei vor, wie alle Blockaden, alle dunklen Energien, dunkle Informationen, die sich im Moment in deinem Energiefeld befinden, hinausgesprengt werden. Lasse nun von oben über dein Kronenchakra in deinen Solaplexus weiß-goldenes Licht einfließen und lasse dieses Licht nach vorne und nach hinten wieder ausströmen mit der Bitte, dass dein ganzes Energiesystem damit erfüllt wird, mit diesem weiß-goldenen Licht. Atme so lange, bis du das Gefühl hast, dass dein Energiesystem aufgefüllt ist. Also immer Energie wieder nachholen und reinatmen in deinen Körper. Das dehnt sich dann aus über deinen energetischen Körper und füllt deine ganzen Energieschichten, die ganzen Energieschichten, die dich umgeben mit diesem weiß-goldenen Licht. Das ist sozusagen einmal die Grundvoraussetzung, dass du ein gutes Arbeitsumfeld hast, dass du da wirklich reine Informationen bekommst. Und jetzt bist du bereit dazu, dass in dir alle Codes aufsteigen, die schon in deinem System angelegt sind. Die kannst du dir in blau-gold vorstellen und vielleicht spürst du, wie rund in deinem System nun in Form von Symbolen oder in Form von Zahlen, je nachdem, welche Gehirnhälfte aktiver ist bei dir, wirst du nun sehen, dass da in deinem Energiesystem diese Informationen in Form eben von Zahlen oder Codes oder eben Symbolen auftauchen. Warte ein wenig. Und dann erschaffe dir in deinem System, es ist egal wo im Körper, aber außerhalb, ich rede von deinem energetischen Körper, außerhalb von deinen Körpern, schaffe dir eine Art Kugel, die eine große Öffnung hat, wo du nun diese ganzen Symbole und Codes hineingibst, wie in einen Behälter. Das ist später nicht mehr notwendig, aber am Anfang wirst du dir leichter tun, über diese Kugel die Informationen dann herauszuholen. Das ist eine Frage des Bewusstseins. Wenn du das Gefühl hast, du brauchst das nicht mehr, musst du das nicht tun, das ist nur, wir kompensieren das nun, damit es einfacher ist, das auszulesen. und nun verbindest du all deine Codes mit Lichtlinien, mit deinem Gehirn und deinen energetischen Gehirnebenen. Also du magst das entweder über die Kugel und magst das dann in deinen Kopf oder wenn du das gesagt hast, die Kugel brauche ich nicht mehr, dann einzelne Lichtfäden von den Codes. Es gehen nun von deinem Gehirn ganz viele Lichtfäden zu den einzelnen Codes. Das ist auch nur notwendig, solange du noch nicht in dieses Allbewusstsein eingetreten bist. Dann kannst du jederzeit und überall das abrufen, aber das ist einfach jetzt noch ein Hilfsmittel, da du wahrscheinlich noch sehr viel über deinen Verstand arbeitest. Und das hilft deinem Verstand, die Informationen, die intuitiv da sind, die dich umgeben, auch zu akzeptieren, zu verstehen, auszulesen sozusagen. Also die Übung ist jetzt wirklich ein Hilfsmittel. Ein 100% erwachter Mensch braucht das dann natürlich nicht mehr, aber es geht halt so einfacher und ich zeige euch etwas, damit ihr euch einfacher tut. So, jetzt habt ihr das gemacht, spürt euch hinein. Und jetzt stellst du einfach eine Frage. Etwas, was du wissen möchtest. Soll ich die Frage laut sagen, Amira? Soll ich jetzt dir das vorzeigen oder wie hast du dir das jetzt vorgestellt? Ja, das können wir so machen, denn dann kann jeder für sich sich das besser vorstellen nachher. Okay. Gut, dann möchte ich bitte gerne wissen, diese Mega-Riesenkugel, die ich an die ukrainische Grenze bringen möchte, wo genau soll ich die platzieren? Wo ist ein guter, heiliger Ort, dass sich die Energien ausbreiten? Zeig mir einen Platz, wo ich sie hinbringen soll, wo sie auch sicher ist. Einen sicheren Platz bei einem spirituellen Menschen. Gut, ich sehe das jetzt. Ich sehe Bilder, ja, ich kriege Informationen, aber wie finde ich dann dorthin? Brauche ich da jetzt die Adresse oder können wir da eine Lichtlinie legen, dass ich dann intuitiv dorthin finde? Okay, ich kriege eine Landkarte eingeblendet. Ja, okay. Und von da an werde ich dann mit Lichtlinien hingebracht. Einfach intuitiv dann fahren. Geht das so? Ja. Amira, was ist der Unterschied zwischen Channeln und über diese Bibliothek oder über die Akasha-Chronik, über die Codes, wie auch immer wir das jetzt bezeichnen wollen, auszulesen? Der Unterschied ist, das ist das kosmische Google. Es weiß alles, was es gibt. Und wenn du nach einem spirituellen Menschen fragst, in einer Region, wo du schon etwa weißt, wo du hin willst, wird genau dort dann jemand gesucht und das wird dir dann eingeblendet, eingespielt sozusagen. Channeling ist, wenn du mit mir redest oder wenn du mit deinen anderen Wesenheiten redest. Das ist dann das Persönliche. Das heißt, Amira, ich habe diese Information jetzt von der kosmischen Bibliothek abgelesen, mithilfe auch der Codes, die mir da den Zugriff gegeben haben, sozusagen. Ja, genau. Das heißt, ich kann das jetzt immer machen, um Standorte zu finden für meine Kugeln, wenn ich unterwegs bin und ich werde da dann richtig geleitet und ich habe keine Arbeit mit mir, weil sonst hilft ihr mir ja. Amira lacht. Wir werden dich weiter unterstützen, aber du kannst das zum Üben gerne nehmen und wenn du aber Hilfe brauchst, wir sind trotzdem bei diesem Projekt bei dir, denn es liegt uns sehr am Herzen, dass da wirklich alles abgedeckt wird. Das ist beruhigend. Danke, Amira. Kannst du uns weiter erklären? Also wir fragen jetzt ab, wir stellen eine Frage, das aktiviert sich dann, wie ich gesehen habe, da fängt es dann zu blinken an, sozusagen, die Programme aktivieren sich, die Codes aktivieren sich und dann kommt in Form von Bildern oder in Form von Informationen wie Schriftzüge, wie Wörter, die so auf einem inneren Auge auftauchen oder als Idee im Kopf auftauchen, kommt dann die Antwort, da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, je nachdem, ob wir intuitiv sind oder eher Bilder brauchen oder was auch immer, was halt gerade für die jeweilige Frage das Beste ist. Ja, kann man da auch abfragen, also alles, was man so bei Google sonst fragt, kann man da jetzt abfragen, aber das sagt uns natürlich auch viel über uns selbst, können wir fragen wahrscheinlich, über vergangene Leben, über Lebensaufgabe, das müsste dann alles über diese Informationen, über diese Akasha-Chronik abrufbar sein, sehe ich das richtig? Ja, überall, wo du schon eine Zugangsberechtigung hast sozusagen, kannst du dann darauf zugreifen. Dieser Wissensspeicher wird natürlich für jeden individuell immer erweitert, das hat eben mit dem Bewusstsein zu tun und wenn ihr da immer übt und Fragen stellt, euch die Codes vorstellt, die Verbindungen vorstellt, dann wird das einfach einfacher und leichter und die nächste Frage, die du gehabt hast, wie kann man diese Codes downloaden, kann man das beschleunigen, das könnt ihr machen, aber wie gesagt, ihr könnt immer nur so viel herunterladen sozusagen, was eurem Entwicklungsstand auch entspricht und das ist aus dem Grund notwendig, weil ihr weil ihr sonst hoffnungslos überfordert werdet, euer physischer Körper muss ja da mitkommen und daher ist es wichtig, dass das alles geordnete Bahnen hat sozusagen, ihr könnt natürlich in der Meditation bitten, dass alles was möglich ist für euch, dass das zu euch kommt an Informationen, besonders wenn ihr das Gefühl habt, auf einem besonderen Ort zu sein, nehmt euch die Zeit, setzt euch hin zu Steinen, zu großen Bäumen, ihr könnt da einfach hingehen und euch wirklich anbinden, auch über Fotos, über Bilder, ihr könnt euch zum Beispiel heilige Orte heraussuchen und da dann bitten, dass alle Informationen heruntergeladen werden, die wichtig sind für euch, für eure Entwicklung, für eure persönliche Erfahrung und dann könnt ihr da dann auch über Bilder und Fotos diese Informationen herunterladen und diese Codes, die ihr schon habt, wo wir vorige Woche gesprochen sind, die bereiten das dann in einer Sprache für euch auf, die eure Sprache ist, da meine ich jetzt nicht nur die Sprache, Deutsch oder Englisch jetzt zum Beispiel, sondern mit eurer Sprache meine ich, da wird alles mit berücksichtigt, was euch ausmacht, so dass ihr die Information auch aufnehmen könnt. Es würde euch nichts helfen, wenn ihr dann auf Aramäisch oder auf Persisch irgendwelche Informationen auf eurem Bildschirm habt und mit diesen Sprachen zum Beispiel nichts zu tun hattet, dann könnt ihr sie nicht übersetzen und diese Codes, die ihr von anderen downloadet, von den Erwachten downloadet, von heiligen Orten downloadet, die helfen euch dann auch beim Übersetzen in einer Form, die ihr versteht. Das ist eben ganz ganz wichtig, denn manche Informationen sind in sehr kryptischen Sätzen sozusagen verpackt, die nur ganz wenige Menschen verstehen könnten und so wie ich euch immer Informationen bringe in einer verständlichen Form, so werden auch diese Informationen dann in einer verständlichen Form eurem Bewusstsein entsprechend, eurer Erfahrung entsprechend und da meine ich euren ganzen Inkarnationen entsprechend aufbereitet und alles was für euch eurer Entwicklung, eurer Transformation notwendig ist, wird euch dann zur Verfügung stehen. Gut Amira, soweit verstehen wir das glaube ich ganz gut, was du gesagt hast. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch richtig übersetzt. War ja jetzt ganz schön herausfordernd für mich, immer zu unterscheiden, was kommt von dir und was kommt von diesen Wissens speichern, die da auch immer ein bisschen mitgemischt haben. Sag mir bitte noch, habe ich das jetzt alles so richtig wiedergegeben, sinngemäß, was du gemeint hast, das wäre mir jetzt noch wichtig, weil für mich war dieser neuer Zugriff auf diese Informationen jetzt auch neu und das hat sich ein bisschen vermischt. es hat gut gepasst, du wirst das jetzt ohnehin lernen müssen, Lydia, dass du diese Informationen von allem, was dich umgibt, aufnimmst und auch sofort übersetzen kannst, wiedergeben kannst, nicht nur das, was du über den Channel-Kanal hereinbekommst, also über das ordentlich, denn das ist jetzt gefragt in der Zeit des Übergangs ganz schnell Informationen aufnehmen, verarbeiten und richtige Entscheidungen, richtige Botschaften empfangen und das richtig umsetzen. Das müsst ihr jetzt eigentlich alle lernen oder sollt ihr jetzt alle lernen, denn es kommen herausfordernde Zeiten im Außen, aber auch herausfordernde Zeiten, was diese neuen Energien anbelangt, die euch zur Verfügung stehen. Eine ganz turboschnelle Entwicklung ist angesagt und da werden euch diese Dinge von Nutzen sein und helfen, dass das eben alles einfacher geht, auch was ich vorige Woche gesagt habe, dass eure energetischen Körper da vollkommen mit eurem physischen Körper sich verbinden, sodass sie den mit rüber tragen können und und und. also da ist jetzt ein großer Umbruch und da werden auch laufend dann über diese Kurz Informationen kommen, wie das einfacher geht und so weiter. Also spannende Zeiten. Ja, ich bin schon ganz erfreut darüber, dass sich da jetzt endlich Bewegung tut und da was reinkommt. und man spürt es ja jetzt wirklich die letzten Wochen oder letzten Monate, dass da wirklich ein großer Umbruch stattfindet von den Informationen, die jetzt ans Tageslicht kommen, auch in das Bewusstsein anderer Menschen, dass immer mehr sich interessieren für diese Thematik, dass ganz, ganz viel Wissen hochkommt und ich denke, da ist es jetzt wichtig, dass wir, die sich schon lange damit beschäftigen, ganz vorne mit dabei sind, um da auch unseren Beitrag zu leisten, im großen Ganzen und ja, ich danke dir, Amira, für dieses Gespräch und für diese Nachricht und ich linke mich jetzt aus. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, habt ihr auch so diese Fäden, diese Verbindung gespürt, also für mich war die Kugel einengend, die hat nicht so gepasst, aber diese Fäden, was da überall hingehen, von meinem System aus, das war recht, recht spannend, hinterlasst mir einen Kommentar, mir wäre es jetzt wirklich, meine Neugierde, wäre es wirklich wichtig zu wissen, wie es euch ergangen ist, von wo ihr das weggespürt habt, also bei mir war es wirklich mehr zwischen Solarplexus und Herz, wo ich dann gespürt habe, dass sich da die Verbindungen aufbauen, also weniger vom Verstand, wie die Amira gemeint hat, habe ich schon gespürt, dass da auch eine Verkabelung ist, aber bei mir, ich glaube, mein Hirn ist da unten irgendwie, aber ich glaube, das ist ganz, ganz individuell, ob wir mehr Kopfmenschen sind oder mehr aus dem Bauch heraus leben, also würde mich interessieren, wie es euch dabei ergangen ist, was ihr gespürt habt. So, für heute auf Wiedersehen in zwei, das heißt in zwei Tagen, morgen geht es los, heute ist Freitag, morgen geht es los, die große Reise durch Osteuropa und das brauche ich eh ganz dringend, wir haben noch kein Quartier, keine Route geplant, ich habe noch keine Idee und morgen geht es los, aber vielleicht hat es seinen Sinn, dass ich mich einfach führen lassen soll, Zugriff zur Kasscher Chronik, wo sollen wir die nächste Nacht verbringen, wo finden wir jemanden, der eine Kugel möchte oder wo soll ich diese mega Riesenkugel aufstellen, also ich lasse mich da jetzt komplett führen auf diese Reise und bin gespannt, welche Menschen in unser Leben kommen, natürlich informiere ich euch immer und lasse euch an meinen Abenteuer teilhaben. So, für heute ihr Lieben, macht es gut, alles Liebe, habt eine schöne Zeit, ich hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch und vielleicht bin ich ja schon in der Erde oder sonst wo, nein, ich informiere euch schon, alles Liebe und seid glücklich, tschüss, tschüss.